Ich mach das ja mittlerweile auch bei meiner Freundin so, das Tipp an alle Männer. Frauen reden ja ganz gerne mit dir, wenn du duscht. Wenn das Wasser auf dein Schädel donnert und du hörst gar nichts, dann reden die mit dir. Dann hörst du nur... Und du... und die ändern keinen Parameter. Die... schlägst du ihn gerade? Wie geil ist das denn? Er ist am Nick und sie... Aber es ist so, es ist so. Und du sagst, ich versteh dich nicht. Und die ändern nichts. Die reden einfach dasselbe nochmal, in derselben Lautstärke, am selben Platz. Beim Duschen, elektrische Zahnbürste, der ganze Schädel wackelt. Und die reden mit dir. Werdet nicht. Und was auch eine neue Studie ergeben hat, das hat mit der Sendung zu tun. Frauen reden ja mit dir als Mann. Also die reden mit dir. Die reden mit dir. Frauen reden mit dir. Ist der Satz vorbei eigentlich, ja? Frauen reden mit dir als Mann, aber warum nein? Hey, Faschisse. Die reden mit dir, wenn du auf Toilette sitzt. Jeder Mann. Du sitzt auf Klo. Du kannst eine Villa haben mit 16.000 Quadratmeter, 450 Toiletten. Du nimmst die hinterste, die scheppigste. Du hast dich kaum drauf gesetzt. Nö, saugt sie, fegt, sortiert was vor der Toilettentür. Liebe Frauen, wir Männer, wir wollen nicht viel. Aber so fünf Minuten am Tag, wo du als Mann, jeder Mann versteht, ihr müsst nicht reagieren. Teilweise sitzt eure Frau nebendran. Guckt mich weiter an. Wir haben einfach nur, dass sie da sagen, oh, herrlich. Und ich habe mich gefragt, warum redet meine Freundin permanent, kaum bin ich auf Klo, was machen wir denn jetzt morgen? Und du sitzt da und musst dann ganz leise, bist dann am Schieben, das ist nur so, so ein leiser, am liebsten jetzt schön. Wir Männer brauchen ein akustisches Signal, um zu wissen, it läuft, it läuft. Und die reden mit dir, warum? Ist kein Scherz, ne neue Studie. Die Frauen reden mit dir, weil du da nicht wegkommst. Instinktiv. Kein Scherz. Ist kein Scherz. Ist kein Scherz. Die reden mit dir, wenn er auf Toilette sitzt, sagt sie, so, jetzt ist er, jetzt sitzt er. Und dann, wenn du die Hose dann auch in die Knie hast, so schnell kommst du auch nicht weg. Ja. Darum, das ist mir neulich aufgefallen bei meiner Freundin. Immer, immer. Und beim Duschen. Und darum habe ich das gerade, ich wiederhole mittlerweile bei mir in meiner Beziehung, genau das, was ich höre. Das müsst ihr machen, es ist so toll. Wenn ihr mit dir reden, sag ich, oh, komm mal, 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 komm mal. Und dann rafft die Hose, also ja, teilweise auch, wenn sie kauen. Ich spreche kein Klingonisch, das ist irre. Frauen sind ja total sauer, wenn du sie nicht verstehst. Oh, Mann, ey, oh. Im geilsten ist der Blick, ich mein, oh, sorry, dass ich nicht, oh. Ah. Ich...